Es geht weiter mit der XXL Stalltour. Kommt mit rein. Wir beginnen ganz vorne im ersten Bereich, nämlich bei den Anbindeplätzen. Was man ganz genau hier mitmachen kann, das zeige ich euch gleich. Wir beginnen aber erst einmal mit den klassischen Anbindeplätzen. Davon gibt es natürlich reichlich. Steckdosen für Hufschmied, Schermaschine etc. Zum Reinigen der Ausrüstung direkt ein Waschbecken daneben und natürlich Solarien. Wenn es im Winter mal zu kalt wird für die Reiter und Reiterinnen, dann kann man sich auch die Heizung anmachen. Und jetzt sage ich euch, was es mit diesen Stöpseln auf sich hat. Das ist ein Staubsauger. Dort kann man einen Schlauch dran machen und seine Pferde absaugen. Das ist natürlich super praktisch, wenn sie staubig sind oder im Fellwechsel. Fragen in die Kommentare, gerne abonnieren und bis morgen.